Kapitel 10 Die Zisterne Ach du meine Güte, köchte Kaukopp, als der Fall abrupt endete. Er war auf etwas seidig, weichem und seltsam federndem gelandet. Mit einem überraschten Aufschrei flog er wieder nach oben, prallte mit Trab Hammelhürt zusammen und stöhnte vor Schmerzen. Zu zweit fielen sie wieder in das elastische Netz, dann landete Twig auf ihn. Ein Klicken ertönte, gefolgt von einem dumpfen Schlag. Mit einem zischenden Geräusch zog sich eine Zugschnur zusammen. Das netzartige Material schloss sich fest um die drei Gefährten und drückte sie zu einem Ball zusammen. Als erstes bemerkte Kaukopp den unglaublichen Gestank. So stark war er, dass Kaukopp das Gefühl hatte, die Finger einer unsichtbaren Hand boten sich ihm tief in den Hals. Er musste wirken. Das Dickenetz, das sie umschloss, dämpfte, das Leuchten, das von Twig und Trab ausging, doch konnte Kaukopp in dem schwachen Schein, der nach außen drang, nach und nach ihre Umgebung erkennen. Sie hing hoch über einem gewaltigen unterirdischen Kanal. Aus den Wänden des riesigen Tunnels, durch den er floss, ragten Rohre, aus denen in steten Strahl schmutziges Wasser in die schäumende Brühe unter ihn spritzte. Eine Kloakke, stürmte Kaukopp. Ich... Ah, es tut weh! Twig spitzer Ellbogen stach ihm in den Rücken. Was machst du denn da? Ich versuche mein Messer zu ziehen, köchte Twig. Aber ich kann mich irgendwie nicht bewegen. Ah! Haltte Kaukopp noch lauter. Twig gab auf. Hoffnungslos, mummelt er. Ich komme nicht dran. Es wird dir auch gar nichts nützen. Dr. Trab Hammel hört mit der Stick der Stimme unter ihn. Er wurde mit dem Gesicht in die Maschen des Netzbodens gedrückt. Das Netz besteht aus Waldspinnenseide. Twig stöhnte. Aus Waldspinnenseide wurden die Segel der Himmelspiratenschiffe hergestellt. Sie war so leicht wie Spinnenweben, aber auch so fest, dass sie den tobenden Stürmen standhielt, die von jenseits der Klippe hereinzogen. Gegen die dicken Stränge, aus denen das Netz gefertigt war, konnte er mit seinem Messer nichts ausrichten. So ein Pech, Käpt'n, sagte Trab Hammel hört kläglich. Lieber hätte ich mein Glück gegen die verrückten Trotter versucht, als wäre eine Tilderwurst hier zu hängen. Die Dämpfe der unter ihm vorbeifließenden Brühe stiegen ihm in die Nase und er wimmerte unglücklich. Ratten streckten witternd die Nase in die Luft und quiekten enttäuscht, weil sie nichts an das über ihn baumelnde Bündel gelangten. Jemand hat diese Falle aufgestellt und wir sind hineingegangen. Wer könnte das sein? fragte Kaukopp alarmiert. Angeblich leben in der Kanalisation Sumpfwürger, sagte Trab mit gedämpfter Stimme. Schreckliche Biester, bestehen nur aus Klauen und Zähnen, sind aber verschlagen und tückisch. Vielleicht hat eins von ihnen... Psst, zischte Twig. In der Ferne hörten sie ein lauter Scheppern. Was ist denn das? flüsterte Kaukopp ängstlich. Die Haare in seinem Nacken begann zu kribbeln. Keine Ahnung, flüsterte Twig zurück. Das Scheppern wurde lauter und kam näher. Twig wurde so gegen Kaukopp gedrückt, dass er den Kopf nicht drehen konnte. Trab, der ganz unten lag, sah gar nichts. Nur Kaukops Kopf blickte in die Richtung des Tunnels, aus der das Scheppern kam. Er schluckte. Kannst du was erkennen, Kaukopp? fragte Tick besorgt. Er wusste, dass die Kanalisation nicht nur von Ratten und Sumpfwürgern bevölkert wurde, sondern auch von Trollen und Höhlenfurien. Sie hatten ihre unterirdischen Behausungen im Dunkelwald für die Verlockung eines besseren Lebens in Unterstadt aufgegeben und dann feststellen müssen, dass sie dem hektischen, oberirdischen Treiben nicht gewachsen waren. Einige waren verhungert, andere hatten sich in der unterirdischen Kanalisation verkrochen und führten dort einen erbarmungslosen Kampf ums Überleben. Das missttönende Scheppern war jetzt ganz deutlich über dem Sprudeln der Abwasserrohre zu hören. Klirren schlug Metall gegen Metall. Die Rohre vibrierten förmlich. Ein großer metallener Haken sauste durch die Luft, schlug gegen ein aus der Tunnelwand ragendes Rohr und hakte sich fest. Er saß an einer knorrigen, hölzerne Stange. Zwei knorrige Hände hielten die Stange gepackt und zogen daran. Aus dem Dämmerlicht tauchten die Umrisse einer Gestalt auf, die auf einen seltsamen, aus Treibholz zusammengebundenen Gefährten stand. Wieder schwang die Gestalt den Haken. Klirrend hakte er sich an dem nächsten Rohr fest und die Gestalt zog den Kran gegen die Strömung des stäumenden Kanals näher. Er setz riss Kaukopp die Augen auf. Ich sehe was, flüsterte er. Wieder schepperte es. Das Gefährt war fast unter ihn. Ein gewaltiger Flachkopf stielte gierig zu ihm herauf. Tchig, kreischte Kaukopp. Da ist ein... Der Haken fuhr in einem Bogen durch die Luft und riss das Netz mit den drei darin gefangenen Unglücksraben ab. Wie ein heißer Flugstein füllte es hinunter und landete mit einem dumpen Schlag in dem Kahn, der in genau diesem Moment darunter vorbeischwamm. Schaukelnd und schwankend trieben sie auf dem provisorischen Gefährt durch den stinkenden Kanal. Am Heck stand hoch über ihn und geschickt balancieren der Kobold. In seinen knochigen Händen hielt er die lange Stange, die er jetzt als Steuerruder bestätigte, um den Kahn auf Kurs zu halten. Immer schneller glitten sie dahin. Wieder schepperte es. Der Haken des Kobolds verhakte sich in einem vorspringenden Rohr und der Kahn kam mit einem Ruck zum Stehen. Tchig, Kaukopp und Trap wurden noch enger zusammengedrückt. Was haben wir heute gefangen, Grock? fragte eine Stimme über ihn. Grock! japste Tchig. Mit dem Dolch in der Hand langte der Kobold nach unten und zog an dem Laufknoten, der das Netz oben zusammenschnürte. Das Netz fiel auf den Boden. Tchig sprang auf die Beine. Er leuchtete am ganzen Körper. Der Flachkopf riss verblüfft den Mund auf und ließ den Dolch fallen. Schlied! brüllte er. Da leuchtet jemand! Wie wir! Erkennst du mich denn nicht, Grock? Tchig versuchte trotz des gefährlich schwankenden Kahnens unter ihm ruhig zu klingen. Ich bin's, Tchig! Ich erkenne sie, Käpt'n Tchig, sagte die Stimme von oben, obwohl ich nie damit gerechnet hätte, sie lebend wiederzusehen, schon gar nicht in der Kanalisation von Unterstadt. Tchig blickte auf und dort in der Öffnung des gewaltigen Rohres stand eine hagere Gestalt, gekleidet in einen langen Mantel und mit dem Dreispitz der Himmelspiraten. Die Gestalt leuchtete genauso wie er. Schlied! schrie Tchig und hätte fast das Gleichgewicht verloren. Das bist ja du! Doch der ehemalige Mat des Klippentänzers hatte sich schon wieder abgewandt und war in dem Rohr verschwunden. Nehmen Sie's ihm nicht übel, Käpt'n, sagte Grock und stieg unbehörflich aus dem Boot. Das rechte Bein zog er nach. Ich bin ganz sicher, er zeigt seine Freude nur nicht. Ich jedenfalls könnte nicht glücklicher sein. Ich auch nicht, sagte Tchig. Ich kann's doch gar nicht fassen. Er kletterte hinter Grock die eiserne Tritte zum Eingang des Rohrs über ihn hinauf. Aus dem Rohr sprudelte im Unterschied zu den anderen Rohren keine stinkende Brühe. Kaukopp und Trap folgten dicht hinter ihm. Am anderen Ende des Rohrs schoben sie ein schweres Feld zurück, das als Vorhang diente, und gelangten in eine geräumige Kammer. In ihr stand Schlied, das Gesicht halb abgewandt. Willkommen, sagte er leise. Kaukopp sah sich verblüfft um. Er stand in einer Art Schmugglerröhre, bis unter die Decke vollgestopft mit Kisten und Kästen, die mit den verschiedensten Kostbarkeiten gefüllt waren. Der Boden war mit Teppichen bedeckt, die Wände mit Wand behängen. Möblierte war der Raum mit zwei armen Sesseln, einem Tisch, Schränken und einem kleinen mit Schnitzereien verzierten Schreibtisch. Außerdem standen zahlreiche Töpfe und Pfannen herum, Flaschen, Krügel, irrendes Geschirr, Besteck, Gewürzdosen und es roch nach Tilderwürstchen, das einem das Wasser im Mund zusammenlief. Der Raum, in dem wir uns befinden, war früher eine Zisterne, erklärte Schlied. Jetzt müssen wir hier leben, Twig nickte. Ich hatte schon Angst, hier würde ich überhaupt nicht mehr leben. Ach ja, vielleicht wäre das ja besser, murmelte Schlied und ging durch die Zisterne zum Herd, auf dem eine Kasserolle zischelte. Aber Schlied, begann Twig, Lassen Sie nur, wir beide kommen hier drunten schon zurecht, Fiel im Grockens Wort. Wir sind jetzt schon nach einigen Wochen hier. Wir sammeln alles, was wir in die Finger bekommen. Sie werden überrascht, was wir Zeug, wir manchmal in den Netzen finden, obwohl wir lebende Geschirr immer nach oben bringen, nachdem wir sie um ihre Wertsachen erleichtert haben. Um Licht brauchen wir uns ja nicht zu sorgen. Er wies mit einem Nicken auf Schlied, der mit dem Rücken zu ihnen am Herd stand. Solange wir zusammenbleiben. Du meinst, weil ihr leuchtet? fragte Twig. Bei uns war es genauso, als der Käpt'n mich fand, sagte Trab. Und jetzt leuchten wir zu viert. Wir leuchten, weil es da draußen etwas zugestoßen ist, sagte Twig. Leider kann ich mich an nichts erinnern. Du vielleicht, Grock? Weißt du noch, was passiert ist? Der Flachkopf schüttelte den Kopf. Nein, wir folgten auf der Suche nach ihrem Vater, dem Raupenvogel. Dann wurden wir in den Wetterstrudel hineingezogen und dann... Dann erinnere ich mich an nichts mehr. Mit einer Grimasse zeigte er auf sein rechtes Bein. Ich weiß nur, dass ich mich offenbar verletzt habe. Und du, Schlied? fragte Twig. Die über den Herd gebeugte Gestalt schwieg. Twig runzelte die Stirn. Die Verstrossenheit des Marts begann ihn zu ärgern. Schlied! rief er scharf. Schlied erstarrte. Ich weiß auch nichts mehr, sagte er mürrisch. Er legte den Pfannenwender zur Seite und drehte sich langsam um. Nur, dass der Wetterstrudel mir das angetan hat. Er zog seinen Dreispitz. Kaukopf stöhnte. Trap wandte sich ab und Twig zuckte zusammen. Sein Gesicht! rief er mit aufgerissenen Augen. Die Haare waren verschwunden, genauso das linke Ohr und die Haut auf der linken Seite sah aus, als sei sie wie Wachs geschmolzen. Aus geschmolzenen Lidern starrte blicklos ein weißes Auge. Der Mat hob die Hand zu den hässlichen Narben. Klar, knurte er. So sah mein Gesicht nach der Rückkehr aus. Kein schöner Anblick, was? Ich... Ich hatte ja keine Ahnung, sagte Twig. Schlied zuckte die Schultern. Woher auch? Und du gibst mir die Schulter ran, weil ich euch in den Wetterschrudel geführt habe? Nein, Käpt'n, sagte Schlied. Ich bin freiwillig mitgekommen. Ich hatte die Wahl. Er macht eine Pause. Aber ich bin zugegebenermaßen enttäuscht, dass auch sie nicht wissen, wie wir von dort zurückgekehrt sind. Ich weiß nur, was man mir gesagt hat, sagte Twig bedauernd. Dass wir wie acht Sternschnuppen über den Nachthimmel geflogen sind, so hat es wenigstens der Professor der Dunkelheit beschrieben. Schlied kniff sein gesundes Auge zusammen, das vernarbte Fleisch zuckte. Der Professor der Dunkelheit? Twig nickte. Er sah einige Sternschnuppen in den Unterstädten landen. Dich, Grock, Trapp und vielleicht noch jemanden. Die anderen flogen weiter. Sie landeten irgendwo im Dunkelwald. Ich habe gelobt, dass ich euch suchen würde. Und jetzt habe ich schon drei von euch gefunden. Das übersteigt meine Quintzen Hoffnung. Hoffnung, sagte Schliedbitter. Die habe ich inzwischen aufgegeben, denn davon heilt das ihr auch nicht. Er strich mit den Fingerspitzen über die schrecklichen Narben. Kaukopp wandte sich ab. Von dem einen wurde ich angestarrt, von den anderen mit Blicken gemieden. Ich fand beides unerträglich. Schied sah Kaukopp und Trapphammel hört vielsagend an. Also stieg ich in die Kanalisation hinunter, um mich zu verstecken. Grock begleitete mich, was ich ihm hoch anrechne. Ich folge ihm, wohin er geht, brummte der getraue Grock. Wir passen aufeinander auf. Sagte Schliedbitter fügt er hinzu. Das muss man hier unten auch. Genauso wie der Professor, nein, Entschuldigung, Twick auf mich aufpasst, sagte Kaukopp wieder an Schliedgewand. Das muss man manchmal sogar in Sankt Afrax. Sankt Afrax, murmerte Schliedbitter. »Abendessen ist fertig«, verkündete er. »Tilderwürstchen«, fügte Schlied hinzu. »Mein Lieblingsessen«, sagte Twick. Er merkte auf einmal, dass er einen Mordshunger hatte. Grock verteilte die Würstchenschnitt ein Leib Brot auf und kehrte mit fünf Tellern auf dem Arm zurück. »Außerdem gibt es eine Flasche unseres besten Saftweins, den ich für eine besondere Gelegenheit aufbewahrt habe«, sagte Schlied. »Grock, die guten Gläser, bitte.« »Auf die Mannschaft des Klippentänzers«, riecht Fick, als alle ein volles Glas in der Hand hatten. »Auf die, die wir schon gefunden haben und auf die, die wir noch finden müssen.« Die anderen fielen vom ganzen Herzen in seinen Trinkspruch ein, dann nippten sie an der süßen, goldenen, schimmernden Flüssigkeit. »Aah!«, seufzte Trapamlhört und wischte sich mit dem Handrücken über dem Bad. »Exzellent!« Sogar Kaukopp fand Gefallen an dem mildwürzigen Geschmack des Saftweins und als sie sich kurz darauf über die saftigen Tilderwürstchen hermachten, merkte auch er, wie hungrig er war. »Köstlich!«, sagte der Count. Er biss in einen Würstchen und riss ein Stück Brot ab. »Absolut köstlich!« Tick wandte sich an einen so einen vernarbten Mat. »Ich muss sagen, Schlied, angesichts der schrecklichen Lage, in der du warst, hast du dich wirklich wacker geschlagen. Und du auch, Grog, Kompliment. Aber ihr könnt nicht an diesem schrecklichen Ort bleiben, zumal ihr ja meinetwegen verwundet worden seid. Eines Tages werde ich ein neues Schiff haben und dann hole ich euch wieder an Bord. Aber zuerst muss ich herausfinden, was mit den anderen passiert ist. »Wir kommen mit«, sagte Schlied. Grog nickte begeistert. »Wir folgen ihn überall hin, Captain Twig!« »Diesmal nicht, Grog«, erwiderte Drick freundlich. »Auch dein Bein braucht Zeit, um zu heilen.« »Dann müssen wir hierbleiben«, sagte Schlied resigniert. Er schielte zu der gewölbten Decke hinauf. »Da oben haben wir nichts verloren.« »Im Gegenteil«, sagte Twig. »Da oben ist Sankt Afrax.« »Sankt Afrax? Aber du hast ganz richtig gesagt. Nicht, was man kann, zählt dort, sondern wen man kennt. Ich kenne den Professor der Dunkelheit. Und du kennst mich.« Schlied starrte ihn mit offenem Mund an. »Ich schreibe euch einen Brief, den ihr dem Professor selbst übergeben werdet«, Twig sah sich um. »Schreibzeug habt ihr doch sicher.« »Natürlich«, sagte Schlied. »Papier und Tinte von feinster Qualität und bester Schnee am Marfedern von einem unserer Beutezüge«, Twig lächelte. »Ihr wartet in meinem Zimmer in der Schule des Lichts und der Dunkelheit, bis ich zurückkomme. Wahrscheinlich wird der Professor einige Experimente mit euch anstellen, so wie ihr glüht. Doch ansonsten würde euch niemand belästigen. Wie klingt das?« »Ausgezeichnet, Captain«, sagte Schlied. »Wirklich?«, »Wirklich«, echote Grog. »Gut, Grog«, sagte Twig. »Du hast ja schon als Wächter auf St. Afrax gearbeitet und kennst die Stadt wie deine Wessentasche. Führerschlied durch abgelegene Gassen und geheime Gänge zum Professor der Dunkelheit. Vielleicht können wir ja verhindern, dass die klatschtüchtigen Akademiker von euch erfahren.« Er sah den Schlechter an. »Trap, du begleitest sie.« »Ich?«, rief Trap. »Die anderen nach St. Afrax begleiten?« Er stillte unglaublich den Kopf. »Captain, ich bin gesund und stark. Sie brauchen beim so gefährlichen Unternehmen jemanden wie mich.« »Tut mir leid, Trap, aber nur Kaukarp kann mich begleiten.« »Warum, Käpt'n?« »Denk doch mal nach, Trap. Wie weit glaubst du kommen wir, wenn wir leuchten wie Tilderlampen? Denn das würden wir doch, sobald es dunkel ist. Und wenn andere vor uns Angst haben, behindert das unsere Suche.« »Aber wir können das Licht zudecken«, batte Trap. »Wir könnten dicke Mäntel und Kapuzen tragen.« »Und damit noch mehr auffallen.« »Nein, ich muss ohne dich suchen. Zusammen hätten wir nie Erfolg.« Der Schlechter nickte. »Sie haben recht, Käpt'n. Daran habe ich nicht gedacht.« »Danke, Trap.« Erleichtert Sattwick, Grog und Schlied an. »Dann ist das also beschlossene Sache. Ihr drei wartet in St. Afrax um eine Rückkehr ab und ich und Kaukarp suchen nach weiteren Mitgliedern meiner Mannschaft.« Runzelt er lächelnd die Stirn. »Wo bleiben eigentlich Papier und Feder?« Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020